Kalimera, meine Freunde der Sonne und willkommen zu dem Abschiedsvideo. Heute ist Abreise nach Deutschland zurück. Das heißt, wir müssen diese schöne Aussicht hinter uns leider Gottes lassen. Die zu sagen habe ich nicht, außer dass wir das hier alles vermissen werden. Kann gut sein, dass wir nächstes Jahr wieder nochmal hierher kommen. Das nehme ich natürlich auch wieder mit, ganz logisch. Ja, wie war es hier? Ein kleines Fazit vielleicht. Wie war es hier? Wie ist es hier? Kann man. Das ist halt gut. Der Fettsack. Jumbo, der Chefkocher. Essen kann man sich wirklich nicht beschweren. Schmeckt wirklich gut. Teilweise auch echt günstig. Beispiel haben gestern Gero Spita gegessen für 4,50 Euro. Bist du verreckt. So voll war es das. So viel war das. Das ist der Wahnsinn gewesen. Zum Beispiel nur. Aber es soll ja heute nicht darum gehen. Es ist ja nur ein kleines Fazit und Abreisevideo. Außer Blau. Alles geil. Ich kann eigentlich nichts Negatives sagen. Leute sind mega sympathisch. Das einzige was ich sagen kann, was wirklich nervt, Schnaken bzw. Stechmücken, damit sie dafür steht. Katastrophe. Weintrauben wachsen hier auch. Ganz entspannt. Ganz geil. Ja, dann nehme ich euch noch auf die Reise mit zum Flughafen. Und dann heißt es, wir hören uns wieder erst in Deutschland. Aber ich nehme euch auf die kleine Dokumentationsreise mit. Und dann sehen wir uns auf dem Weg. Bis dahin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in Deutschland. Also ich möchte jetzt wirklich nicht angeben oder so. Aber wer kann behaupten, bei dieser Sicht einfach mal zu frühstücken. D hamburg! D坐 in! So, wir sind jetzt beim Airport angekommen, haben den Fahrer jetzt geschafft, er ist leider schon weg, da war er gerade noch, jetzt heißt das Abende Flughafen, Abende Flugzeug und wir sehen uns dann in Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und dann sind wir jetzt wieder in Deutschland angekommen, wir sind gelandet, ich glaube mir noch ein Kippchen und dann heiße ich wieder nach Hause. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, bedanke mich dann, dass ihr mich bei der Reise begleitet habt und wir sehen uns bei dem nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, einen Garten und Wiederschauen und bye bye.